Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Wir haben ja jetzt die Flagge hier, die müssen wir einmal hissen. So. Und schnell rein, damit wir wieder raus können unten. Und dann gehen wir ganz schnell zur Rolle und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir mit Lakim reden, ohne, dass die Waffen uns auf den Sack gehen. Das war gerade übelst nervig. Warum nerven die einen so sehr? Ich verstehe das nicht. Das ist wirklich viel zu viel, finde ich. Mitten im Gespräch auch noch. So. Ja, die sind direkt hinter uns auch noch. Es gibt gar keine Chance, an denen so vorbeizukommen, ohne dass die hier auf den Sack gehen. Und alle auseinandernehmen können wir auch nicht, wirklich. Da hinten ist Rollo. Ich glaube, das heißt, dass der hier jetzt vorbeiläuft. Die wachen Nerven, absolut. So. Dwelling betreten. Bitte jetzt nicht abschmieden. Was ist das? Und das nehmen wir jetzt. Dann machen wir hier jetzt ein Save Game. Nur um sicher zu sein. Und dann quatschen wir noch mal mit Lakim. Und hoffen noch, dass es jetzt klappt. Ohne, dass wir da drauf gehen. Habe ich auch gar keine Lust drauf. So. Erstmal aber... Habe ich die irgendwo anders hinlocken? Können die überhaupt hier hoch? Das ist jetzt die Frage. Ja. Können die? Die können die hoch. Kann ich die auch irgendwo anders hinlocken? Dass die irgendwo hängen bleiben. Irgendwo feststecken. Irgendwas in dieser Richtung. Äh, hier genau. Da haben wir den, äh, Smuggler-Stand. So. Ach nee. Komm, ganz schnell mit Lakim. Ich habe mein Locket noch gefunden. Lakim? Hast du mein Locket gefunden? Jo, habe ich. Äh, hier. Okay, Lakim. Hier ist dein Locket. Jetzt erzähl mir die Vergangenheit. Oh, thank goodness. You got it. I'm sure we're going back to that den again. No, sir. No more for me. But have your own Go-Wedder. The password you require is... Spoon. Be careful, Cyrus. And thanks again. Ernst, sir? Spoon ist das Passwort? So, okay. Das beichern wir. Wir haben das Passwort. Also, das Passwort heißt Löffel. Ja, okay. So rimpel, dass man... Okay, wir sind drin. So, dann schauen wir mal, was hier drin jetzt passiert. Es gibt nur den Dude. Okay, Leak. Does the Restless League operate out of the smugglers' den? We've always worked together since way back before the Civil War. Mutual interest and all that. The League boys must be laying low. Haven't seen any of them in weeks. Eh, no matter. Smuggling's good business with or without pirates. Occupation? The Imperial occupation doesn't seem to have cramped your style much. Everyone needs smugglers, like it or not. For instance, Richton likes his valen-wood wine. The League makes sure none of it arrives legally, and we make sure the palace cellar stays well-stocked. Eh, everybody wins. A cozy little operation you've got here. Thanks. We like to think so. Say, who gave you the password, by the way? So I know who I need to beat the hell out of. Still, I'm surprised Richton gives you such a free hand. We have our uses. Like if you don't want the Emperor to know how much taxes you're actually collecting. As I said, everybody wins. Okay, Passport. Don't worry, your secret's safe with me. Not that this place is such a secret. Half the town seems to know about it. Yeah, well, we don't rate quite as highly as the Restless League on Richton's enemies list. What would Azara want with that? I don't know. You sure wanted it bad, though. So, traded me a League Insignia for it. Said I could use it to get favors from the League. Ever since then, the League has vanished from Stross McKay. So, I'm stuck with a worthless piece of paper. League Insignia? I could use that Insignia, Azara gave you. Can I have it? Well, that depends. What's in it for me? Hand it over. Favors with League. You're an Azara's friend. Machen wir mal das. Hand it over, friend. That parchment was Azara's. And now it belongs to you. The hell it does. I traded for it fair and square. Äh. Komm, wir kaufen es. Ah, a businessman? I think we might have to pay you for it. Sure you would. Except I doubt you could afford it. That is a lot of out of work, thugs make more money than I thought. Try me, you're pushing you or not. No, I'm sure you're quite familiar with the going ramp. But why don't you name a price and we'll see. Alright, a hundred gold, not a shilling less. Are you good for it? Komm, Masan, du. Yes. Here's your money. I'll be sure to mention your kindness when I find Azara. Ah, okay, so we have it now. And Talies? Suppose you wanted to get into the governor's palace. Could you do it? Not me. Governor tolerates our operations. Sure. He doesn't trust us. Rickton's a stickler for security. No wonder. The League would love to put a knife in him. Nobody gets into the palace without a damn good reason. Okay. It's been a pleasure, Yurk. That's what we have to save now. That's important. So. And we'll get a few healers quickly. That's also very important to get them. So, we won't get through here. Okay. I need to use this with something else. Ich hoffe, die Wachen kommen jetzt nicht direkt. Taste the steel of the Empire. Asius, we won't get through here. What? Ah, okay. Ich hoffe, der bleibt da jetzt stecken. I'll spill yours yet. A sharp sword will be... Come on! So, dann... Jo, das haben wir jetzt voll. So, dann haben wir jetzt hier auch wieder voll. Und gehen jetzt hier auch nochmal rein. Nein, ich will mit dir nicht reden. Und ich weiß nicht, wer macht. Aber sie können dich nicht. Ja, jetzt geh weg. So, genau. Hier rein. Alter. Wieso quatschst Cyrus mit den Leuten, mit denen ich nicht quatschen will. So, müssen wir jetzt auch noch einmal mit Felicia quatschen. Quatschen. So, hier geht's. Hi Felicia. Hallo Felicia. Hallo wieder. Oh. Guildmember Joto. Flask of an Elan. I've heard that an ancient artifact, the Flask of Lelandro, was lost on this island long ago. You know the piece I'm talking about? You're not the first to ask. Everybody seems to think the mages Guild has access to all the lands magic. Sorry to say, the Flask has not turned up for centuries lost on this island long ago by the elven founders of the Flask, who were shipwrecked here. They fled Somerset Isle with the Flask, hoping to buy sanctuary from the Planderini in High Rock. But the sea's only brought them this far. Some say there's a map to it. Uh. What about this map to the Flask? Well, nobody has seen it. The story says it was torn into four pieces. One of the pieces was even said to have been inscribed on the bottom of a silver box shaped like a ship. Okay. I've heard one of your members got into some trouble with the governor. I'm not supposed to talk about that. Okay, egal. Wo war ich hier bei Items? What's, uh, what's for sale? Magical Potions of all sorts. Healing Potions of all sorts. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. We'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Thanks. We'll take a healing potion. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie viel wir jetzt haben. Okay, acht Stück müssen wir jetzt mindestens haben, oder? Wie viel Geld haben wir jetzt? Ich nehme eine Gelegenheit. Okay, das sind 25 Euro. Danke. Ich nehme eine Gelegenheit. Okay, das sind 25 Euro. Danke. Ich nehme einen Gelegenheit. Okay, das sind 25 Euro. Ah ok, ich wollte schon sagen. Wie viel haben wir jetzt? 13 Helik Potions. Ok, nice. So, das müssen wir so beichern, auf jeden Fall. So. Das macht Yoshi da hinten wieder. Er klettert wieder die Pumpe hoch. Natürlich. Ah, die Waffen schon wieder. Du wirst weg! Das ist das, was sie mit ihren Fingern rufen. Yo, Yoshi hat so viel Langeweile, wenn er immer wieder die Pumpe hochklettert. So. Hier haben wir aber auch so einen Dingsstamm. Ein Nomaden, oder? Ist das das Nomadenstamm? Oder ja, doch nicht. Hier gibt es doch irgendeine Nomaden, oder? Devils Den haben wir auch noch. Ja, kann man einmal sehen. So. Eben, schnell an der Wache vorbei. Ja, die sollen mich in Ruhe lassen. Kann man hier rein? Ne. Ok, dann sehen wir mal zu, dass wir hier erstmal die Stadt wieder verlassen. Ich finde das ein bisschen heftig mit dem Wachen, dass das so viele sind, die uns auf den Sack gehen. Und Yoshi schickt sich wieder auf seinen Stein. Und Yoshi schickt sich wieder auf seinen Stein. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier auf jeden Fall eine Ich werde sie wegkommen. Und da wäre sie beim Rennen. Und wir geben die Zeit für den Sack. Und wir geben ihm mal das Zeichen, das wir jetzt bekommen haben. Da kommen wir jetzt bestimmt, hoffentlich endlich mal weiter. Vielleicht ist es da das richtige Zeichen. So. Da kommt schon die X-Waffe. Ein scherziges Schiff wird deine Service geben. Zerreide jetzt! Ja, die Waffe. Die muss unbedingt nerven. Aber geil, dass wir das da jetzt auch fertig haben. Die ganzen Demarruinen. Jetzt fehlt nur noch diese eine komische Höhle da unterm Wasserfall. mit diesem ganzen grünen Wasser, was da unten sein soll. Dafür brauchen wir auch noch irgendwie eine Quest, um da voranzukommen. So. Da wären wir. Mal gucken, vielleicht ist die eine Dame immer noch da. Mit dem Schiff. Jo, ist immer noch da. Dann machen wir hier einmal ein Save Game. So. Nicht, dass das Spiel jetzt abschmiert. Wäre mir wichtig, dass es nicht abschmiert. Äh, jo. Da. So, wo ist die Insignia? Hier ist die Prüfung, die du erwartet hast. Eine Ressus-League-Insignia von Azara. Die war jetzt aber auch Ewigkeiten da. Und ich habe den Splendor. Natürlich wissen die, dass die jetzt hier war. So, wo sind die jetzt? Okay. Neues Beat auf jeden Fall. Aber ich kann mich jetzt gerade noch gar nicht bewegen. Ah, jetzt. Habe ich hier für eine Map? Ne, ich bin anfangs in Saintsport. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was es hier gibt. Kann ich hier mit den Leuten quatschen? So. Hi. Hier geblieben. Hallo. Wir quatschen. Okay, dann halt nicht. Okay, natürlich. Äh, Buzzy? Back to Strustman, right? Okay. Woher kann ich mich finden, Buzzy? Oh, du bist ein knusiger Besucher, right? Schau mal auf Westdorf, er ist wachsichtig. Und nicht in nichts, ich habe einen Augenblick auf dich. Ja, okay. Back nach Strustman-Pay will ich jetzt nicht wissen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir Basen suchen. Hier geht es auch nochmal nach oben. Oh, da oben sehe ich was. Und jetzt noch einmal. Ah, okay. Nice. So. Ich glaube, von denen ist keiner jetzt Basen. Basen muss irgendwie ein bisschen hervorgerobener aussehen, gehe ich mal von aus. So. Das könnte Basen sein. Ja, 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 ja. Ach, das? Da ist der Mann, der hat meine Reise verletzt. Das war du? Ich erinnere zwei Jokers, die nicht aufhören, aber du hast dich geholfen. Du siehst mich jetzt, doch, nicht du? Bande. Plane als day, hier. Du bist, Basil? Du bist ein schwerer Mann zu finden. Mystery Maintenance, Silas. Was hast du? Wir brauchen ihn nicht zu sprechen. Ich... Listen here, Spotlight. Ich bin nicht hier für dich. Ich weiß alles, was du sagst. Du siehst du siehst, wenn du bereit bist. Isara? Wo ist sie? Das ist eine falsche Strategie, so early in den Dialog, so. Die Spiel ist, um herauszufinden, was der andere kennt erst, nicht zu zeigen, wie viel von der Karte du kannst. Kann er jetzt sterben? Geh, Schinny. Wir kommen zu dem in einen Moment. Okay. 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 They won't suffer us to live against her, or a history without her name, so there's no point in resisting it, so we'll bury them. How very restless of you. Let me cut this, smartass. I'm not suggesting the League greet the Empire with open arms. I propose to greet them with secret arms, with subtle stains, with blood and corn spilt in steel, some lunar threat. Okay. Okay. Ich habe gesehen, dass die Cyradillen über den Rest der Tamm-Reaal übernommen werden, aber die Menschen von Strauss-Makai wissen, die wirkliche Herausforderungen von unserer Aktivität. Ich habe gesehen, dass die Cyradillen über den Rest der Tamm-Reaal übernommen werden. Du wirst nicht aufhören. Was ist passiert? Halt, der wundere Mann spricht. Aber lass mich dir sagen, das ist das Schlimmste, was du zu sagen kannst, wenn du ihn findest. Ich bin Hiszara's Bruder, und alle meine Schmerzen haben mich zu dir gebracht. Sie hat niemals einen Bruder erwähnt. Und sie hat uns eine lange Zeit mit uns gearbeitet. Und von ihrer Erinnerung an dich, ich infer ein wenig Freude oder confidence in dich. Eine Begegnung, die so gut unterstützt wird, in der Kurs unserer Grieferung, und nichts zu gratifizieren. Er hat keine Ahnung, wo sie ist. Halt. Er hat die gleiche cordialen Worte wie seine Schmerzen. Das ist sicher. Okay. Äh, kein Punkt zu resisten. Ich traue mich irgendwie nie zu machen. Wann und warum hätte Azara dich immer mit dir gegründet? Hat ihre Assoziation mit dir getötet? Ja. Es gibt einige, die nicht zu erinnern, die, in der Begegnung 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 zu erinnern. Aber der Gegründung der Theorie ist, dass die Wahrheit nicht existiert. Azara erinnert, in der gleiche Formel. Ich hoffe, das bedeutet etwas für dich, weil es mich nicht mehr nahe zu Azara gibt. Ich will wissen, was hat sie jetzt passiert. Jetzt! Wake up, Saga! We're thieves and we're bad guys, and Azara was a part of it, whether you like it or not! In case you didn't notice, we're hiding out here. So it stands to reason that if Azara isn't here, then she's in trouble. Don't you think the Empire might be able to help you solve this mystery a little bit better? You're wasting your time here. What kind of trouble would she be in? He can't help us, Basil. It's my turn now. Come on! Hä? Was ist... Was ist jetzt sein Problem? Jo, komm! Alter! Alter, was soll denn das? Kann ich jetzt mit dem quatschen? Well, you want something? Ja. I'm done with your bully boy, and I left him alive. And now the altruistic brother pup wants his foe. Okay, was ist das jetzt? Okay, was ist das jetzt? Du bist jetzt schuldig, Basil? Okay, noch ein Quando. Okay, wir haben neue Infos. Basil gave me a key to Azaras Lodge Okay, wo ist denn Ihre Hütte? Das hier ist es nicht. Oder ist Ihre Hütte in Strassenkai? Da ist ein Eingang. Alles zu. Kann nicht mal eine Tür offen sein. Es ist lockt. Vorsicht. Was hat das denn jetzt? Toll. So, gehen wir nochmal so hoch. Aus dem Weg. Genau, dann gehen wir jetzt nochmal hier hoch. Okay, hier ist auch zu. Wie sieht es denn hier aus? Ah, okay, da kommen wir nicht los. Nein. So. Alles zu. Gehe ich mal von aus, Isara hat in Strassenkai eine Hütte, wofür wir den Schlüssel brauchen. Sonst gibt es hier nichts. Doch, die eine Tür noch. Aber jede Wette ist es lockt. Es ist lockt. Es ist lockt. Es ist lockt. Ja, egal. Dann gehen wir halt wieder zurück nach Strassenkai. So. Wir müssen wahrscheinlich mit der quatschen. Aber zurück nach Strassenkai. Gehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Arsch. Oh, okay. Türkiye juni, bei meglio. Aber asymptote die FDP classiertzeit. Amount zu belegen und zerstören. Erstmal gerne. Da. uts affiliated. Ab nur nach wie vorig. Bei König. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020